Ich bin gerade am filmen, nur damit du nichts scheußliches sagst. Hör mal Flamenca, wenn du mal ein bisschen weniger wackeln würdest. Hallo! Am I sitting properly? Yeah, yeah, lovely! Am I sitting properly hanging on? Nein, du machst so einen Buckel. Schäm dich auch und du guckst nach unten. Aber warte mal. Ja, sehr gut. Üb noch ein bisschen, dann siehst du aus wie ein Anfänger. Ich kann doch die Füße hoch. Ja, mach mal. Aber das krieg ich nicht drauf. Du bist zu nah dran. Nein. Da werden sie wieder seekrank, wenn die sich das angucken. Uh, Flamenca, du brauchst nicht zu traben. Du bist ein Tölter, ja? Oh, yeah! Du musst dir mal noch in die Tölte dazu kommen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, warum ich auf so einer komischen Kruge sitz. Dabei ist das ein echter Pazlperuano. Da wird nur das Video wackeliger, wenn du das machst. Da wird nur das Video wackeliger, wenn du das machst. Du musst dir mal in die Tölte rauskommen. Lamenca! Dammit! Dramatisch! 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 Vielen Dank.